Der Start ist erstmal der gleiche. Schön tief hier. Offen lassen. Das ist normal hier. Nicht zu weit von außen. Je weit ihr von außen seid, unsere Finger ist eine Rotation. Und auch meine Bewegung von hier wird gefährlich. Je weiter ich das da komme, umso höher kommt mein Ellenbogen. Oder meine eigene Ellenbogen, meine eigene Schulter. Und das macht mich dann wiederum anfällig, selbst konfondert zu werden. Das heißt, diese Bewegung ist fast so einer. Ja? Von da nach da. So, dann Fuß zu Fuß. Noch nicht zu früh zu fassen. Hauptkontrolle ist hier. Weiter geht's. Dann das Bein. Ja? Jetzt im Kihon-Basar. Ihr habt Zeit. Setz dich. Hier. Es ist fast zwischen seinen Beinen. Weil jetzt, wenn ich jetzt die 5 mache, ich kann sehr weit rotieren. Ist wieder hier zu meinem Oberschenkel. Da habe ich wieder Kontrolle. Das ist ein wichtiger Punkt. Da ist kaum noch Bewegungspiel für Nick. Ja, aber absetzen. Bleibt dran. Und auch nicht, ich bin jetzt hier noch dran, aber nicht jetzt hier nachlassen. Weil in dem Moment ist der Ellenbogen wieder benutzbar. Ich muss hier bleiben. Ich habe Zeit. Wenn ich wirklich hier mit meinem Zentrum drüber bin. Ich habe viel Zeit, genau und sauber zu arbeiten. Okay. Nochmal. Eins. Zwei. Hier geht's hin. Drei. Ein bisschen weiter, als bei Schirm nahe gestellt. Weil ich weit rum bin. Deine natürliche Bewegung weiter unterstützen. Jetzt um meine Dicht. Tief. Tief. Dann könnt ihr gucken, wenn er anfängt zu rücken, seid ihr ein bisschen zu weit. Aber wir sind alle Anfänger, wir dürfen das. Wenn man jetzt mit langjährigen Meistern übt, die üben das erste Mal mit dir und fühlen dich genau an den Punkt ran. Wohl, dass du verschieben musst. Habe ich jedenfalls erlebt. Bei einem. Aus der Bewegung. Das ist dann nicht ganz so sauber. Wenn man mal viele, die man liebt. Hier bin ich. Hier. 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 Ich habe Kontrolle schon. Hier habe ich Zeit. Das ist ab hier eigentlich. Was hat? Manuelle Therapie. Ist sie? Ja. Ups. Wenn ich da irgendwas falsch mache, und wir sind alle Anfänger in dem Bereich, dann kann ich das halt abschlagen. Wenn ich merke, oh, jetzt habe ich... Da macht die Stücke nicht mehr. Einmal noch langsam. Eins. Ist nicht so. Er muss nur schneiden. Ich kann nicht mehr, wenn ich so bin, nicht gegenhalten. Hier. Mein Ellenbogen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zwei. Sieben. Und. Jetzt. Jetzt musst du auch nochmal singen. Ich glaube, ich lasse es fliegen. Okay. Richtig mal. Es ist so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Noch. Sieben. Gut. Hurra vor.